heute habe ich mich entschlossen mal ein kleines spezial video dazwischen zu schieben was hier aussieht wie bei der weihnacht oder geburtstagsbescherung sind alles die dinge die ich den sommer über gekauft habe zu viel habe oder die mit größter wahrscheinlichkeit bei mir nicht mehr zum einsatz kommen teilweise habe ich lokomotiven doppelt und da mein regal überquillt und ich überhaupt keinen platz mehr habe um was zu stapeln habe ich mich entschlossen diese ganzen dinge hier abzugeben und um das bei ebay ein bisschen anschaulicher zu machen habe ich einfach noch mal die lokomotiven auf die schiene gestellt so dass man sehen kann dass das auch alles fährt und in ordnung ist und deswegen ist das heute mal so ein bisschen ein video anderer art ich fange an mit meinem kleinen mini layout was ich im sommer über gebastelt hatte und ja auch schon ein video darüber gemacht hatte beziehungsweise ein zweites video wie das ganze entstanden ist die anlage hat durchmesser von ca 70 cm und über den höchsten punkten höhe von ca 40 cm kann sie nachher leider nicht verschicken weil ich habe zwar so einen großen karton um das einzupacken aber ich kriege das nicht ausgepolstert dass die anlage das nachher übersteht wenn sie bei der post oder bei einem anderen versanddienstleister nachher mehrmals auf den kopf gestellt wird dass das wirklich alles heil ankommt deswegen wäre das was was ich gerne nur an selbst abhole abgeben würde ich habe hier noch mal einen kleinen überflug versucht zu filmen mit dem handy damit man noch mal ein bisschen die details besser sieht ich denke dieses kleine ding hat richtig potenzial und man könnte hier mit der innenbeleuchtung für den bahnhof oder einer wege beleuchtung und weiteren details das ganze noch ein bisschen aufpappen ich muss mich hier leider davon trennen weil das bei mir im keller einfach nur einstaubt und ich finde dafür ist es einfach viel zu schade dann haben wir hier die kleine baureihe 89 von märklin aus der startpackung die 2915 ehemals ausgestattet mit einem delta decoder ich lasse die lokomotive hier fahren an der mobile station hatte sie vorher an den weißen transformator fährt also analog und digital vollkommen problemlos wie man hier sehen kann und ist eine richtige kleine zu kräftige lokomotive als nächstes habe ich hier die erste baureihe 81 auch aus einer startpackung aus der 2963 von märklin fährt hier auch in der mobile station hatte sie vorher auch auf dem weißen trafo getestet und wie man sehen kann funktioniert das modell auch ganz wunderbar und die lokomotive ist auch ausgestattet mit einem delta decoder dann haben wir hier die neuere ausführung von der baureihe 81 aus der startpackung 29254 ist dann schon ausgestattet mit einem fx decoder und fährt hier natürlich auch an der mobile station eine sehr schöne lokomotive mit wunderbaren laufeigenschaften die lokomotive ist im verhältnis zu der alten lokomotive jetzt hier schon mit einem fx decoder ausgestattet hat dann auch das einzelne schaltbare licht bzw lichtwechsel dann noch bei fahrtrichtungsänderung dann habe ich hier die erste baureihe 74 von märklin das modell 3095 diese habe ich jetzt hier an dem alten blauen trafofan der 6671 von märklin wo man sieht sie schaltet auch wunderbar um fährt wunderbar langsam sanft an und ist äußerlich noch in einem richtig guten zustand und die locke ist noch komplett analog hier habe ich dann das neue modell der baureihe 74 von märklin die 29161 hier habe ich jetzt allerdings das problem ich habe diesen vergleichstest damals gemacht der baureihe 74 dann wieder analogen stromversorgung weil die andere lokomotive ja auch analog war nicht nur einen stromkreis hatte in dem video war das alles in ordnung nach dem video habe ich dann die beiden stromkreise getrennt und wollte die lokomotive digital fahren lassen musste dann leider feststellen dass sie digital sich nicht vom fleck bewegt man kann zwar sehen wenn man versucht die adresse zu ändern dass die lok kurz reagiert aber leider fängt diese lokomotive im moment nur analog die fahreigenschaften sind analog ganz hervorragend vielleicht kann das ja auch jemand wieder digital in den griff bekommen der sich auskennt aber ich kann sie im moment nur als analoge lokomotive verkaufen dann haben wir die baureihe 24 von märklin die 36240 dieses auch ausgestattet mit einem fx decoder und fährt hier auch in der mobile station am weißen transformator getestet analog war auch alles in ordnung und ich habe mich aber entschieden nur die 3003 das ältere modell der baureihe 24 von märklin bei mir zu behalten und als letzte der lokomotiven die ich abgeben möchte noch eine baureihe 1910 von märklin die 3039 komplett analoges modell hier gefahren am travo 6671 aber auch hier kann man erkennen dass sie wunderbar schaltet dass so weit alles in ordnung ist und die lokomotive auch wunderbar sanft anfährt und keinerlei probleme macht dann kommen wir hier zu den ersten wagen die ich abgeben möchte das sind sozusagen beikäufe bei paketen wo ich andere wagen erworben habe diese beiden silberlinge müssten die älteren silberlinge sein die eigentlich ohne inneneinrichtung waren der vorbesitzer hat sich dann den spaß gemacht zwar eine inneneinrichtung einzubauen allerdings sind dass die falschen inneneinrichtungen die eigentlich nicht in die silberlinge gehören ein dach ist wohl nach lackiert worden hat eine andere farbe die wagen haben einige kratzer und flecken sind aber ich denke für die spielbahn noch durchaus geeignet dann habe ich zweimal die 4111 die beige türkis farbenen personenzug wagen von märklin auch diese sind zu viel weil mein personenzug besteht jetzt im grunde genommen schon aus fünf wagen so dass ich die beiden auch nicht benötige haben allerdings auch ein paar kratzer und ein paar flecken so dass das eher was für die spielbahn ist dann waren im einen der pakete zwei primax wagen und zwar einmal die 4197 und einmal die 4198 also einmal der erste und aber der zweite klasse wagen in der beige türkisen variante diese sind bei primax dann allerdings ohne inneneinrichtung und auch diese haben so ein paar kratzer und paar flecken so dass auch das eher was für den spielbahner sein sollte dann habe ich drei märklin bananen wagen die 4414 zwei mit originalverpackungen der eine ist leider ohne die wagen haben minimalste kratzer oben auf dem dach ansonsten ist alles in ordnung und weil mein bananenzug aber schon so lang geworden ist mit über zehn wagen gebe ich auch diese drei wagen hier ab und ähnlich geht es mir bei meinem italienischen güterzug mit den italienischen spitzdachwagen die drei aus meiner sicht schlechtesten wagen gebe ich hier ab das heißt es fehlen dann zum großteil diese kleinen fenster gitter die da eingesetzt waren und die dächer sind auch vom zahn der zeit schon ziemlich mitgenommen aber ich denke auch hier dass das was für die spielbahn ist und wenn man das auf der anlage fahren lässt das eigentlich nicht groß ins gewicht fallen sollte mein zug besteht hier aber mittlerweile schon aus 15 wagen so dass ich diese drei hier auch mit abgebe und als letztes habe ich hier noch einen komplett neuen eingeschweißten bausatz von faller und zwar die nummer 110 124 den bahnhof oehring da hatte ich immer die idee mit den bahnhof zu bauen und meinen anderen bahnhof dann ab und zu auszutauschen und ein bisschen abwechslung auf die anlage zu kriegen aber im endeffekt ist es so dass ich da weder dazu komme dann ist es auch so dass mein anderer bahnhof port harmonie im grunde genommen festgeschraubt ist damit das ganze besser zusammenhält so dass mit der aufwand dafür zu groß ist und deswegen gebe ich auch diesen bausatz hier komplett ab so das war so die grobe übersicht von den dingen die ich abgebe es gibt dann noch ein paar einzelne wagen die ganz übel aussehen die also verrostet sind oder irgendwelche teile fehlen da werde ich wahrscheinlich dann noch mal ein komplett paket schnüren das habe ich aber jetzt nicht weiter aufgeführt ich versuche unten meinen ebay-account zu verlinken falls sich irgendjemand dafür interessieren sollte ansonsten bin ich froh dass es hier platz gibt auch von den finanzen her natürlich platz für was neues denn es gibt ja immer wieder schöne dinge die meinen gefallen finden ich danke euch fürs zuschauen demnächst gibt es wieder mehr mit normalen videos und bis gleich und bis zum nächsten mal